Hey du! Ja, genau du! Kennst du dieses Gefühl? Du fühlst dich nicht mehr schön? Denkst du wärst zu dick? Hast Angst für andere nicht mehr attraktiv zu wirken? Dann habe ich jetzt die perfekte Lösung für dich. Experten haben lange getüftelt, um die perfekte Diät für einen Jungen im Leben stehenden Menschen zu entwickeln. Doch nun haben sie es geschafft. Bei unserem innovativen Verfahren beschränken wir die Ernährung auf eine Anzahl ausgewählter Nahrungsmittel, die sich jeder einfach so besorgen kann. Es ist also nicht nur wirkungsvoll, sondern auch unglaublich einfach. Aber wie soll so etwas denn funktionieren, fragst du dich? Bestimmt wollen wir nur dein Geld. Falsch gedacht. Und um dich zu überzeugen, stellen wir dir nun völlig gratis eines unserer erfolgreichsten Rezepte vor. Wo gibt es denn sowas? Unglaublich! Für dieses köstliche Mahl brauchst du folgende leicht zu beschaffene Zutaten. Etwas Speck, am besten von der Hüfte. Zwei saftige Äpfel. Ein wenig Leber. Ein großes Stück Hirn. Nun vermengen sie diese Zutaten und können einfach genießen. Was für ein Wahnsinn. Wie soll ich denn so abnehmen? Fragst du dich das jetzt? Ganz easy. All unsere Produkte sind speziell für die menschliche Ernährung konzipiert, gut verdaulich und 100% vom Körper verwertbar. Es ist einfach super. Ruf jetzt an und bekomme dein erstes Paket völlig umsonst. Aber vergiss nicht, die Reste fachgerecht zu entsorgen. Wir bieten dir dafür unsere speziellen 24-Stunden-Krematorien an. Frag einfach bei deiner nächsten Bestellung danach. Denk auch dran, alles immer frisch zuzubereiten. Ansonsten kann es zu unangenehmen Erscheinungen wie Widerstand, Fluchtversuchen oder Verkümmerungen kommen. Halte zudem alle Öffnungen gut verschlossen. Wir wollen doch nicht, dass deine Nachbarn durch lautes Geschrei aufmerksam werden, oder? Bestell jetzt dein eigenes Human-Diet-Paket. Das garantiert menschlichste Angebot auf dem Markt. The Human Corporation. Menschliche Produkte. Von Menschen für Menschen. Die Nachbarn durch 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 die